Linda Geister Das Weihnachtswunder Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen, die schon vor vielen, vielen Jahren passiert ist. Es handelt sich von einem kleinen Mädchen des Namen Lena. Lena war ein sehr braves Mädchen, das jeden Tag zur Schule ging und sich bemühte, den Lehrer und auch den Eltern alles recht zu machen. Sie ging gerne zur Schule, obwohl sie von ihren Mitschülern oft ausgelacht und verspottet wurde, denn Lenas Familie war arm, sehr arm. Lena hatte auch keine schönen Kleider oder Schulsachen wie die anderen Kinder. So hatte sie auch keine Freunde, obwohl sie sich das mehr wünschte als alles andere auf der Welt. An einem verschneiten Wintertag, kurz vor dem Heiligen Abend, sagte das reichste Mädchen der ganzen Klasse zu ihr. Lena schüttelte traurig den Kopf und das andere Mädchen lachte grausam und sagte, Aber ich werde den schönsten Baum haben und die meisten Geschenke bekommen und alle Kinder werden bei mir sein, nur du nicht. Denn so ein armes Mädchen mag ich nicht einladen. Das tat Lena sehr weh und sie bemühte sich sehr, um nicht vor der ganzen Klasse zu weinen. Am Abend, beim Schlafengehen, wünschte sie sich ganz fest, dass sie auch einmal ein so schönes Weihnachtsfest erleben könnte. Aber innerlich wusste sie genau, dass das nicht möglich war. Die Tage verstrichen, Heiligabend rückte immer näher. Inzwischen redete in der Klasse niemand mehr mit Lena. Alle sprachen nur noch von dem riesengroßen Fest bei dem reichen Mädchen. Lena wurde immer trauriger. Sie wusste zwar, dass ihre Eltern ihr gerne das größte Fest geschenkt hätten, wenn sie nur könnten. Aber sie war ein kleines Mädchen mit großen Träumen von Geschenken, Lichterketten, Kugeln und, 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 und. Dann war es endlich soweit. Der 24. Dezember, früher Morgen. Lena wachte auf und schaute aus dem Fenster und freute sich. Es hatte geschneit. Das kann mir das reichste Mädchen nicht wegnehmen, dachte sie sich. Und sie ging ins Freie. Dabei traf sie Peter, einen Jungen, den sie gerne mochte. Doch leider hatte der keine Zeit zum Plaudern. Ich bin bei dem riesengroßen Weihnachtsfest eingeladen, weißt du. Lena machte sich auf den Heimweg. Es wurde langsam dunkel. Da hörte sie plötzlich einen riesen Knall und sah, dass in allen Häusern das Licht ausgegangen war. Ein Stromausfall. Als sie nach vorne sah, bemerkte sie, dass nur ihr Haus hell erleuchtet war. Heller, als sie es je zuvor gesehen hatte. Sie rannte darauf zu und erkannte, dass in der Wiese vor ihrem Haus ein wunderschöner Weihnachtsbaum stand mit Kerzen und Kugeln und Geschenken darunter. Sie rieb sich die Augen. Der Baum sah ganz genauso aus, wie sie es geträumt hatte. Doch woher kam das Licht? Es kam von einem Stern, der genau über dem Baum stand und ihn bestrahlte. Plötzlich hörte sie in der Ferne ein Rufen. Schaut mal, bei Lena ist ein wunderschönes Fest. Und alle, alle, alle Kinder aus der Schule kamen und staunten. Wenn ihr Lena fragen könntet, würde sie heute noch sagen, dass sie an diesem Abend die Engel singen hörte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schöner